hallo ihr lieben zu einem neuen video und zwar durch euch jetzt das letzte buch der zelda ja reihe beziehungsweise zu den drei zelda büchern vorstellen wir sind jetzt bei den soros deswegen ist das buch in blau hier dann quasi auch noch mit das triforce mit mut weisheit und kraft zelda link und gannendorf und das ist natürlich die zelda enzyklopädie die ist jetzt auch in deutsch erkennt man am tokio pop logo und das könnt ihr euch jetzt wie ein zelda lexikon vorstellen also hier ist dann wirklich alles bis ins kleinste teil erklärt wer das gern haben möchte das ist auch wieder so wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt schaut das video nicht an beendet hier alle anderen schauen sich gerne das video an und ja habt viel spaß dabei hier ist noch mal ein schönes artwork und zwar ist hier quasi die welt von der legend of zelda aufgemalt genau ein sehr schönes artwork mit hier dem schloss hyrule hier auch noch mal ein schönes artwork vom masterschwert und schild und das kam ist das buch 2019 raus wie gesagt das ist die deutsche ausgabe hier auch noch aus dem japanischen übersetzt ins deutsche von den leuten hier ist dann quasi auch noch mal alles schön aufgelistet und ganz am anfang hier zum beispiel die ganzen zelda spielen spiele bis natürlich zu twilight princess hd und hier die welt von legend of zelda über die jahre wie gesagt hier steht sehr viel drin deswegen habe ich es mir in deutsch gekauft ist für mich irgendwie einfacher als es alles in englisch zu lesen wie gesagt ich würde es verstehen aber bei so viel text ist es mir lieber ich habe es in deutsch hier nochmal links die geschichte beziehungsweise die timeline von der legend of zelda serie und hier quasi auch noch ein kleinste teil erklärt angefangen mit skyward sword hier ist es triforce erklärt beziehungsweise die göttin hylia hylia und natürlich den nairo und farore dann hier die einzelnen feen die begleiter von link terminia termina die parallelwelt zu hyrule hier sind dann quasi die ganzen tiere aus den ganzen spielen erklärt beziehungsweise vorgestellt hier farmen und die stadt hier die ganzen waffen und rüstungen items dann hier die ganzen schwerter was es alles in den zelda spielen gibt das master schwer das schwer der vier dann die ganzen anderen weiteren items die man in den zelda spielen ja sammeln konnte oder sammeln musste hier dann quasi eben jetzt explizit mit dem stahl forst krieger erklärt wie die stahl forst krieger in den verschiedenen spielen aussehen warum sie so aussehen und hier ein kleiner spoiler das bis dato viele geahnt haben aber noch nicht bestätigt wurde wer sich jetzt nichts beulen lassen will macht hier das video aus alle anderen hier ist der held der zeit aus ocarina of time und zwar steht hier dabei selbst ein legendärer held wird nach seinem tod zu einem skelett seine seele behält jedoch ihre schönheit und reinheit und erwacht in form eines goldenen wolfes zu sehen quasi in twilight princess das ist quasi der stahl forst der uns die ganzen ja attacken beibringt in twilight princess wie gesagt bis dato wurde es noch nicht bestätigt von nintendo eben mit erscheinen des buches war das dann soweit was natürlich viele zelda fans schon dachten oder fast wussten und hier damit nochmal bestätigt dann hier nochmal eine einzelne datenbank zu den verschiedenen spielen die ganzen dörfer beziehungsweise städte hier die ganzen items gibt sehr viele items gibt noch mehr items und noch mehr items so jetzt kommen die feinde und monster also wie gesagt das ist ein lexikon hier steht alles bis aufs kleinste teil erklärt wer das nicht möchte den empfehlen hier natürlich das hyalur historie wer sagt er möchte nur schöne bilder des art und artefekts aber wie gesagt ich bin zelda fan ich muss alle bücher haben und jedes buch ist für seine auf seine art eigentlich schön kann man sagen hier nochmal die welt von link 1 zelda 1 und zelda 2 hier dann auch noch ein paar konzept zeichnungen hier natürlich die welt von links awakening einmal für den gameboy und natürlich das remake für den gameboy color in form von links awakening dx was war da anders links awakening dx für den gameboy color wie der name schon sagt ist quasi dann einfach nur eine quasi das spiel in farbe er war aber ein remake und ja nintendo quasi hat schon immer mal remakes gebracht wie ihr seht hier dann quasi nochmal links awakening die ganzen charaktere die beziehungen welcher charakter mit wem in verbindung steht in form von freunde haustiere verwandtschaft bekanntschaft chef so zu sagen könnt ihr euch alles nochmal anschauen hier natürlich maturas mask erklärt die handlung dann natürlich auch maturas mask für den n64 und für den 3ds also einmal das originalspiel und das remake und hier auch nochmal die ganzen einzelnen charaktere erklärt und wie die zueinander stehen sozusagen geht natürlich mit jedem zelda spiel so weiter wie gesagt ich möchte euch jetzt nicht so viel spoilern deswegen du bist so viel davor blättern hier natürlich mit a link between worlds quasi das remake von a link to the past und natürlich auch hier jetzt nochmal die spin-offs erklärt was in den anderen büchern jetzt noch nicht so wichtig zur sprache kam hier natürlich mit das erste spin-off ist auf dem game and watch das zelda spiel dann natürlich die master quest reihe links crossbow training four swords und zelda twilight princess pickcross dann hier natürlich in der smash reihe hat natürlich link zelda ganon sheik alle auch ein auftritt in soul calibur war ja natürlich auch link dabei sonic lost worlds gab es natürlich auch ein skin das quasi eben sonic sich als link verkleiden konnte und durch die durch hyrule durch verschiedene welten laufen konnte dann natürlich mario kart 8 sind sie natürlich auch mit dabei natürlich hyrule warriors und hier unten dann nochmal spiele die jetzt nur in japan erschienen mit tingles rose the rupee land tingles ballon trip of love und tingles ballon fight und den too much tingle pack wie gesagt gab es bei uns nicht gibt es nur in japan und hier nochmal weitere auftritte also wo überall elemente von zelda also von dem spiel zelda oder in irgendein weise da drin auftauchen da sind jetzt auch manche sachen dabei wo ich gesagt habe okay das wusste ich jetzt nicht also sehr interessant muss ich sagen seht ihr ja wie viele das sind und hier hinten natürlich nochmal die werbematerialien also wie halt quasi mit der legend of zelda serie geworben wurde in form von äh plakaten oder kleine flyer oder quasi auftritte in videospielmagazinen natürlich auch alles in japanisch und hier auch nochmal der produzent von der legend of zelda von der legend of zelda spielerei ab ocarina of time hier ein kleines interview von ihm auch unbedingt lesenswert und hier dann noch quasi nochmal ein schönes bild von ihm und hier quasi endet das buch auch nochmal mit dem schönen artwork ja wie gesagt ich hoffe das kleine video hat euch gefallen hier jetzt auch nochmal das buch liegt bei 29,99 ist auch sehr schwer ja und hier seht ihr dann auch nochmal den ISBN code wo ihr euch das buch in deutsch bestellen könnt wie gesagt ich hoffe das kleine video oder beziehungsweise die drei kleinen videos haben euch gefallen zu den zelda büchern für einen persönlichen zelda fern also für mich war das natürlich ein muss sich die bücher zu kaufen wer die bücher noch nicht hat oder beziehungsweise nur eins von den dreien oder nur zwei und sich überlegt das letzte zwei das erste auch zu kaufen ja hoffentlich war das ein kleiner anreiz hier seht ihr auch nochmal das ist mit das dünnste buch das ist wieder etwas dicker ich mach das jetzt mal so dass es genau einen unterschied hat und das art and artifacts ist quasi das dickste buch und das schwerste dass ihr dann quasi auch nochmal die unterschiede seht was ich persönlich auch genial finde ist quasi in drei farben gemacht für die kokiris den soras und den goronen zum beispiel oder kann man auch damit sagen wald wasser und feuer ja ein abo ein kleiner kommentar oder ein like ist natürlich gern gesehen freut mich auf jeden fall und ja dann wünsche ich euch noch einen schönen tag schönen abend und das war's von mir wir sehen uns im nächsten video ein ja 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 be